Stellen Sie sich vor, Sie leben in einer Stadt, die geprägt ist von urbanen Wohn-, Arbeits- und Erlebnis-Oasen. In einer Stadt, in der Sie sich jederzeit problemlos fortbewegen können, ganz ohne Stau, wo Smog und Verkehrslärm Fremdworte geworden sind. Sie denken jetzt, das gibt's nicht, das ist doch nur Science-Fiction? Wir zeigen Ihnen, wie diese Vision Wirklichkeit werden kann. Und damit sage ich, herzlich willkommen zum Tech Summit der EDAC Group. Mein Name ist Isabel Hahner und ich führe Sie heute durch die Präsentation des KI-Prototypen des EDAC Citybots. Die Städte von morgen brauchen effiziente, skalierbare und umweltfreundliche Mobilitätslösungen. Aus dieser Motivation heraus hat die EDAC Group auf der IAA 2019 die erste Entwicklungsstufe des Citybot-Mobilitätskonzepts vorgestellt. Der Citybot ist hierbei ein ganzheitlicher Lösungsansatz und repräsentiert ein umfassend gedachtes Ökosystem, das beständig weiterentwickelt wird. In den nächsten Minuten erfahren Sie mehr über die Zielsetzung, den Stand der technischen Entwicklung, die Kooperation mit Partnern und die Roadmap zur Implementierung des Konzepts. Den ersten Einblick gibt uns der CEO der EDAC Group, Cosimo De Carlo. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einführung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich zu der Weltpremiere der nächsten Evolutionsstufe unseres EDAC Citybot-Konzepts begrüßen. Wir halten unsere Versprechen und zeigen heute konkrete technische Lösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz, des autonomen Fahrens, der Robotik und der Trajektorenplanung, um die Vision des Citybots in reale Welte zu überführen. Der Citybot ist kein klassisches Konzeptcar. Er gehört auch keine speziellen Fahrzeuggattung an. Es steht vielmehr für ein ganzheitliches, vernetztes und gänzlich anderes Mobilitätskonzept. EDAC Citybots sind vernetzte, autonom fahrende Roboterfahrzeuge, an die unterschiedliche Nutzmodule wie Anhänger und Rucksackmodule gekoppelt werden, um alle Transport- und Arbeitssituationen im urbanen Bereich meistern zu können. Als People-Mover, als Lieferwagen, Reinigungsfahrzeuge für Straßen und Bürgersteige, um in Parks der Rasse zu mähen, die Ecke zu schneiden oder die Papierkorbe zu leeren. Es geht uns um ein bedarfsorientiertes und ganzheitliches Verkehrssystem. 24-7 – permanent in Bewegung. Wir brauchen mehr Effizienz und Vernetzung statt parkende Fahrzeuge. Wir sind überzeugt, dass der Verkehr als integrale Bestandteil in die Smart City angebunden werden muss. Und das alles unter einem geschlossenen, soften Schirm, um die vielfältigen Aufgaben und logistische Prozesse in einer Stadt intelligent zu verzahnen und effizient aufeinander abzustimmen. Am Ende bietet EDAC CityBot ein profitables Mobilitätssystem für Smart Cities. Die Resonanz auf unser EDAC CityBot-Konzept ist überwältigend. Die Fachpresse, aber auch gerade kommunale Vertreter und Politiker aus ganz Europa waren elektrifiziert von dieser Vision. Dies hat uns ermutigt, das Konzept in den letzten Monaten weiter zu entwickeln. Denn was sind Visionen und Konzepte, wenn sie technisch nicht unsetzbar sind? Das klingt nach einem echten Leuchtturmprojekt für die EDAC Group. Ja, der CityBot steht für unseren Anspruch, die Mobilität der Zukunft aktiv mitzugestalten. Und wir sind sehr stolz, heute die Umsetzung unseres Konzepts in unserem KI-Prototypen zu präsentieren. Vielen Dank, Cosimo de Carlo. Vielen Dank und viel Vergnügen. Erleben Sie nun die EDAC-Kompetenzen in den Zukunftsfeldern künstliche Intelligenz, autonomes Fahren, Softwareentwicklung und Digitalisierung. Michael Jahn, der EDAC CityBot-Projektleiter, gibt uns einen Einblick in die technische Entwicklung. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ein autonom fahrendes Roboterfahrzeug, das multifunktionale Aufgaben übernehmen und gleichzeitig in die Smart City integriert werden soll. Wow! Diese Aufgabenstellung war extrem anspruchsvoll, aber auch extrem reizvoll für uns als Entwickler. Unsere Teams aus den unterschiedlichen Fachbereichen haben den CityBot in den letzten Monaten auf eine technisch neue Stufe gehoben und bewiesen, dass das Konzept des CityBots technisch möglich ist. Unser CityBot wurde durch zahlreiche KI-gestützte System- und Funktionsmodule ergänzt. Er hat nun eine Objekterkennung mit an Bord, er fährt autonom, er ist extrem wendig, hat eine spezialisierte Trajektorienplanung integriert und setzt intelligent seinen Roboterarm ein. Der CityBot soll im Alltag zahlreiche Aufgaben im urbanen Raum erledigen. Um zu demonstrieren, wie das Zusammenspiel von KI und Kinematik funktioniert, haben wir den Anwendungsfall Müllerkennen, Sammeln und Sortieren entwickelt. Für uns Menschen ist das ja eigentlich ein selbstverständlicher Vorgang. Das stimmt. Für einen Bot ist es jedoch eine äußerst komplexe Aufgabe. Wir haben im ersten Schritt den CityBot in einem Lernprozess anhand tausender Objektfotos trainiert, um Objekte wie beispielsweise ein Papierknäuel identifizieren zu können. Schauen wir uns doch mal gemeinsam an, wie der CityBot sich in dieser Situation schlägt. Der CityBot hat ein vor ihm liegendes Papierknäuel mit der Kamera erfasst. Seine Auswertalgorithmen haben das Knäuel als solches erkannt. Er kennt zudem seine eigene Position und seine Messsysteme ermitteln die genaue Entfernung zum Objekt und auch die Größe des Papierknäuels. Mit diesen Informationen ist er in der Lage, das Objekt exakt anzufahren und die ideale Greifposition sowie die notwendige Greifkraft für den Gegenstand zu errechnen. Er nimmt nun das Papierknäuel mit seinem Greifarm auf und befördert es in seinen Sammelbehälter für das Papier. Um das leisten zu können, ist ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Module und Systeme notwendig. Damit der CityBot autonom fahren kann, muss er zuerst wissen, wo er sich befindet und was in seinem Umfeld passiert. Wir haben im ersten Schritt ein fusioniertes Sensorsystem integriert. Unsere eigenentwickelte SRD Fusion Engine ist in der Lage, die Umgebungsdaten aus den unterschiedlichen Fahrzeugsensoren intelligent auszuwerten. Dabei werden die weiter entfernten Umgebungsdaten der LIDAR-Systeme mit den Daten der Ultraschallsensoren im Nahfeldbereich kombiniert. Im Ergebnis erhalten wir ein digitales 360-Grad-Bild der realen Umfeldsituation. In einem zweiten Schritt fügen wir diesen fusionierten Umgebungsdaten die über ein globales Navigationssatellitensystem empfangenen Positionsdaten hinzu. Als dritte zusätzliche Datenquelle greifen wir zudem auf vorhandenes digitales Kartenmaterial zurück. Welche Vorteile bietet diese Kombination voneinander unabhängiger Daten und Informationen? Wir haben damit die Positionsgenauigkeit enorm steigern können. Diese umfassenden Daten bieten die Basis, um eine sehr detaillierte Route mithilfe der Trajektorienplanung, also der Pfadplanung, für den CityBot zu berechnen. Diese Vorgehensweise hat also nichts mehr mit einem klassischen Navigationssystem zu tun. Genau. Der CityBot kann jetzt den tatsächlichen Streckenverlauf berücksichtigen, jede Kurve und jede Steigung und, das ist besonders entscheidend, auch auf dynamische Situationen reagieren. Taucht ein Hindernis auf, kann er ein Ausweichmanöver berechnen und durchführen oder auch einfach abbremsen. Dass der CityBot seine genaue Position kennt, ist die grundlegende Voraussetzung. Wie kann er seine zahlreichen Aufgaben als Transport oder Arbeitsgerät erfüllen? Wie findet er zum Beispiel Objekte? Das erkläre ich gerne aus der Perspektive des CityBot. Das Vision-System im Kopf des CityBot enthält eine stereoskopische Kamera zum Erkennen von Objekten und Entfernungen. Ergänzt durch ein lasergestütztes Messsystem zur millimetergenauen Ermittlung von Entfernungen zu den Gegenständen. Sein Roboterarm verfügt aber auch über ein eigenes Kamerasystem direkt am Greifer. Damit ist er in der Lage, Objekte näher zu untersuchen und eine erneute Bewertung vorzunehmen. Von entscheidender Bedeutung ist das Zusammenspiel und die reibungslose Kommunikation zwischen den einzelnen Softwarekomponenten, aber auch den mechatronischen Komponenten. Die Steuerung der Antriebs-, Lenk- und Bremssysteme übernimmt in unserem Bot die Vehicle Control Unit. Diese VCU gleicht dabei kontinuierlich die Ist-Position mit der durch die Trajektorienplanung ermittelten Sollpositionen ab und berechnet fortlaufend Korrekturen für die vier unabhängigen Lenk- und Fahrantriebe. Bei den Fahreigenschaften haben wir für die zahlreichen Aufgaben als Transport oder Arbeitsgerät die Priorität auf maximale Wendigkeit gelegt. Wir wollen die Einsatzfähigkeit des Citybots auch bei beengten Platzverhältnissen sicherstellen. Die VCU entscheidet dabei über das einzusetzende Fahrmanöver. Lässt sich ein Wegpunkt beispielsweise effizienter über eine Diagonalfahrt statt einer Kurvenfahrt erreichen, wird dies durch die VCU unmittelbar ausgeführt. Dahinter stecken komplexe Regelalgorithmen, die perfekt auf die Mechatronik des Citybots abgestimmt sind. Nun stellt sich ja bei sich autonom bewegenden Fahrzeugen immer wieder die Frage, kann da etwas passieren. Wie ist denn das Sicherheitskonzept des Citybots ausgelegt? Für das umfangreiche Sicherheitskonzept haben wir zusätzlich ein redundantes Software-System integriert, quasi eine Software, die Software überwacht. Ein Beispiel. Überschreitet ein durch die VCU angefordertes Drehmoment eines Motors den festgelegten Grenzwert, wird das Sicherheitsmodul eine erneute Berechnung beziehungsweise Validierung bei der VCU anfordern. Oder es stoppt in letzter Konsequenz sogar die Fahrt des Citybots. Das waren jetzt sehr interessante Einblicke in die Technologie. Die Themenfelder sind sehr weit und hoch aktuell. Künstliche Intelligenz, Robotik, Digitalisierung und die Vernetzung von Fahrzeugen und Infrastruktur. Genau deshalb haben wir auch noch Experten-Talks vorbereitet, in denen unsere EDAC-Experten aus den anmoderierten Themen detailliert von der Entwicklung des Citybots berichten. Vielen Dank, Michael Jahn. Nachdem wir jetzt interessante Details über den aktuellen Stand der Technologie kennengelernt haben, wollen wir nun mehr erfahren über die nächsten Evolutionsstufen des Citybots und mit welchen Partnern die EDAC Group das Projekt in der Realität implementieren will. Hierzu begrüße ich Johannes Barkmann. Er ist Global Design Manager bei der EDAC und darüber hinaus der Konzept- und Product-Owner des Citybots. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Auch ich freue mich über Ihr Interesse an der Weltpremiere unseres KI-Prototypen. Der Citybot hat schon viel dazugelernt und lernt ständig weiter. Als nächstes wird er Spanisch lernen, was in naher Zukunft definitiv nützlich für ihn ist, denn inzwischen unterstützt uns das spanische Verkehrsministerium und die Stadt Barcelona als Kooperationspartner. Gemeinsam mit der EDAC Group, ist zunächst ein Living Laboratory, also ein Testaufbau geplant. Dort muss der Citybot seine Fähigkeiten unter realitätsnahen Bedingungen unter Beweis stellen und dank seiner künstlichen Intelligenz weiter dazulernen. Ein wichtiger nächster Schritt der Kooperation ist die Implementierung des Systems in eine Stadt. Um hierfür Investoren zu gewinnen, werden im Moment Geschäftsmodelle für drei Städte entwickelt und berechnet. Neben den politischen Kooperationen mit Spanien freuen wir uns natürlich sehr über weitere Technikpartnerschaften, unseren Citybot Friends. Denn solch ein starkes Projekt braucht auch starke Partner. An Bosch-Komponenten kommen hervorragende Ultraschallsensoren und kompakte, leistungsstarke Batterie-Packs zum Einsatz. Elafe stellt uns die perfekten Elektromotoren in den vier Antriebsrädern zur Verfügung, die unseren Anforderungen an die niedrigen Geschwindigkeiten und die gewünschte Präzision erfüllen. Von Goodyear sind die intelligenten sensorischen Reifen, deren Daten weitere Informationsquellen für das System darstellen. Sie übermitteln nicht nur Daten über den Luftdruck, die Temperatur und zum Verschleiß der Reifen, sondern auch über die Bodenbeschaffenheit des Fahruntergrundes. Durch Jota wird nach wie vor das einfache Bezahl- und Rechnungssystem der Dienstleistungen bereitgestellt. Ein einfaches Bezahlsystem ist für die Kundenakzeptanz von enormer Bedeutung. Alles in Echtzeit, gebührenfrei und mit Notarvertrag. Weitere Technik- und Kooperationspartner sind nach wie vor herzlich willkommen und wir können sagen, dass wir in allen geplanten Steps unserer Roadmap bereits in Umsetzungsgesprächen sind. Natürlich ist es noch ein weiter Weg bis zur Implementierung des städtischen Szenarios in 2030. Daher fokussieren wir uns in naher Zukunft auf den Einsatz des CityBot-Systems auf Flughäfen und auf industrielle Anwendungen. Kurz gesagt, überall dort, wo es um Reduktion von Fehlern, Unfällen und Emissionen in logistischen Prozessen geht, wo präzise Zeit- und zielgenaue Lieferungen mit Echtzeitverfolgung notwendig sind, wodurch eine Betriebszeit rund um die Uhr Abläufe effizienter und profitabler werden. Überall dort, wo es sinnvoll ist, viele Dienstleistungsangebote in eine vollständige Softwareplattform zu vereinen. Und dort, wo diese Dienstleistungsangebote bezahlt oder abgerechnet werden sollen. Warum startet die Implementierung des CityBot-Konzepts genau in solchen Bereichen? Diese Bereiche sind zunächst einfacher beherrschbar als das skizzierte Stadtszenario, da hier wesentlich weniger Komplikationen mit anderen Verkehrsteilnehmern abzubilden sind und wir uns natürlich auf privatem Gelände befinden. Damit ist ein Flughafenvorfeld mit seinen exakt geplanten Abläufen, mit Servicefahrzeugen und dem Personen- und Gepäcktransport ein idealer Einsatzbereich für den CityBot. Ganz genau. Unser Konzept sieht vor, eine Vielzahl der dort eingesetzten Fahrzeuge durch CityBots zu substituieren. Die dort bestehenden Verkehrsregeln lassen sich zudem relativ einfach in Algorithmen abbilden. Welche weiteren Einsatzbereiche kommen in dieser Entwicklungsphase noch in Frage? Da sehen wir vor allem logistische Anwendungen, zum Beispiel die innerbetriebliche Logistik. CityBots können die Warenbewegung in einem Lager bis hin zur Kommissionierung und Distribution übernehmen. Wir sind davon überzeugt, dass das CityBot-System viele Dienste selbstständig und mit mehr Effizienz übernehmen kann. Diese Beispiele zeigen uns deutlich, dass der CityBot keiner bestimmten Fahrzeugartung angehört. Man muss den CityBot also als Gesamtsystem verstehen, das in den verschiedensten Branchen zum Einsatz kommt. Wir sprechen mit diesem Konzept verschiedene Zielebranchen an. Dazu gehören natürlich die Automobil- und die Nutzfahrzeugindustrie, diejenigen, die sich mit Smart Cities und der Mobilität von morgen beschäftigen, die Flughafenbetreiber und die Betreiber von Industrieanlagen, die Hersteller von AGVs, das sind automatisch geführte Fahrzeuge oder fahrerlose Transportsysteme, die in Fabriken eingesetzt werden. Wir sprechen Logistikzentren und Großmärkte an, aber auch die Politik, Städte, Kommunen und Stadtplaner, die alle Lösungen für ihre Stadt der Zukunft suchen. Und natürlich auch Investoren. Aber auch in der Landwirtschaft und im Medizinbereich können wir uns durchaus Anwendungen vorstellen. Die Spezialisten der EDA Group bringen das CityBot-Konzept ja mit erkennbar großer Dynamik voran. Dadurch entsteht natürlich auch ein großes Entwicklungs-Know-how. Welche weiteren Einsatzbereiche kommen in dieser Entwicklungsphase noch in Frage? Die CityBot-relevanten Themen stehen natürlich im Vordergrund, aber wir adressieren darüber hinaus auch verschiedene segmentübergreifende Fachthemen, die wir heute bereits im Rahmen unseres 360-Grad-Engineerings anbieten. Rund um die Autonomisierung haben wir passgenaue Gesamtlösungen für mobile Roboter und die Automatisierung von Transportketten im Portfolio. Hier können wir unser Know-how aus der Objekterkennung, dem Maschinenlernen und der KI, der Eigenlokalisierung durch Sensordatenfusion und der Automatisierung von Fahrmanövern durch Trajektorienplanung gezielt anbieten. Die virtuelle Absicherung von Assistenzsystemen und funktionale Sicherheit sind natürlich hierbei selbstverständlich mit im Angebot. Im Bereich der Architekturen und Systeme bieten wir unsere Expertise zur Entwicklung von Mensch-Maschine-Schnittstellen für Roboterfahrzeuge, zu serviceorientierten, zonenbasierten EE-Architekturen und zu ganzheitlichem Energiemanagement an. 360-Grad-Längsysteme sowie die Entwicklung von modularen und skalierbaren Fahrzeugarchitekturen haben wir auch im Programm. Sehr interessant ist, was wir unter Closed-Loop-Engineering verstehen. Auf Basis von Sensordaten aus allen möglichen Bauteilen im Fahrzeug fließen hier die Ergebnisse aus dem Alltagsbetrieb in die Bauteilneuentwicklung zurück. Es findet also ein permanentes Optimieren und Auslegen von Bauteilen statt. Der letzte Bereich umfasst unsere Dienstleistungen zur Urban-Smartifizierung. Hier können wir helfen, Städte und Infrastrukturen zu digitalisieren und den Transport von Waren und Personen intelligenter und vernetzter zu gestalten. Weiterhin bieten wir sogar Bürgerdialog-Plattformen an, um die zukünftigen Digitalisierungsangebote einer Stadt den Bürgern zu vermitteln und diese mitzunehmen. Es bewegt sich also einiges rund um den CityBot und Sie sind sicherlich gespannt auf die weitere Resonanz und die daraus resultierenden Kontakte und Gespräche. Ja, und dazu möchte ich Sie alle ganz herzlich einladen. Nutzen Sie die Möglichkeit, auf dieser Webseite einen persönlichen Termin vor Ort oder ein Livestream-Meeting zu vereinbaren. Unsere Spezialisten freuen sich über Ihr Interesse an der Weltpremiere unseres KI-Prototypen und die Lösungen für die Mobilität der Zukunft. Wir freuen uns auf Sie. Vielen Dank, Johannes Barkmann, für diesen Ausblick auf die weitere Evolution des EDAG CityBot-Konzepts. Wow, das waren sehr spannende Einblicke in die Technologie und ein sehr starker Ausblick in die Zukunft. Mit dem CityBot lernen wir eine ganz neue Idee vom Leben in der Stadt kennen. Kein Smog, kein Lärm, keine Staus. Dafür CityBots, die die Straßen reinigen, Menschen von A nach B bringen, Pakete ausliefern und das Ganze voll automatisiert. Am Anfang hat es sich noch ein bisschen nach Science-Fiction und Vision angehört. Aber das EDAG CityBot-Konzept wird entlang der Roadmap Schritt für Schritt Realität und wir sind gespannt auf die nächste Entwicklungsstufe. Sie können sich hier auf der Website weiter informieren und für einen Besuch vor Ort anmelden, um den CityBot live und im Einsatz kennenzulernen. Außerdem lade ich Sie herzlich ein, noch einen Schritt tiefer in die Entwicklung zu blicken. In den Experteninterviews spreche ich unter anderem mit EDAG-Experten aus den Bereichen Elektrik und Elektronik, künstliche Intelligenz, Fahrwerk und Antrieb. Vision, Evolution, Zukunft. Ich hoffe, wir konnten Ihnen das ganzheitliche CityBot-Ökosystem nahe bringen und Sie ein Stück weit begeistern, denn diese Vision hat großes Potenzial, Realität zu werden. Bis bald!